Hallo, ich habe vor ein paar Tagen die Wohnung gegenüber gemiet, nein, naja, gemietet ist so viel gesagt, weißt du, ich, ja, jedenfalls wollte ich mir gerade Eierkuchen backen und da ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, Eier zu kaufen. Verstehe. Achso. Oh, Ihre Klingel ist ja furchtbar. Vier Eier reichen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, gerne. Darf ich fragen, was Sie beruflich machen? Wieso? Es ist Ihnen tagsüber zu Hause und ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, aber es ist kurz nach drei und Sie sind noch im Pyjama. Ich bin Künstler. Achso. Ich habe heute nachts. Aha. Anschaffender Künstler. Freischaffend. Was ist das? Mit Musik und so? Ja, ja, manchmal. Na, dann spielen Sie doch mal was vor. Nein. Doch. Keine Angst, ich habe auch mal gesungen. In einer Punkbank namens die kranken Schwestern. Schlechter kann Ihr Lied gar nicht sein. Ja. Oh, cool. Du hängst andauernd bei mir ab. Du teilst alles mit mir, was ich habe. Ah, Sie sind Kleinkünstler. Ich bin kein Kleinkünstler. Und damit treten Sie auf? Das war mittelmäßig. Ja, was mit Ihnen überhaupt? Mit mir? Wieso mit mir? Entschuldigung, bei Ihnen ist jetzt auch drei, Sieben. Ich bin Kommunist. Aha. Was dagegen? Nee. So, das haben Sie noch bei mir. Drüben aber keinen Tisch. Und Sie? Was sind Sie so? Äh, ich bin, äh, Anarchist. Gemüse ich dann Anarchist. Cool. Dann können wir Freunde sein. Bist du Revolution. Danach wird's natürlich schwierig. Schnapps, Berline? Ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht etwas aktiver werden sollte. Ich habe da ein paar positive Signale von Maria empfangen. Das ist mir sowas von egal. Ähm, ich meine, ich freue mich sehr für Dich. Sorry, ich habe verwechselt, was ich sagen und denken wollte. Wie könnte ich aktiver werden? Klingel doch einfach bei ihr. Was soll ich hier sagen? Klingel einfach. Dir wird schon was einfallen. Nee. Hi. Ich... Ja, bitte? Ich wohne. Ich wollte mir gerade ein paar Eierkuchen backen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich keine Eier habe. So, so. Du hast also keine Eier. Kam jetzt irgendwie falsch rüber. Ich sage immer was. Von Amerika lernen heißt siegen lernen. Sie werden scheitern. Das asoziale Netzwerk wird Sie zur Strecke bringen. Das asoziale Netzwerk? Moment mal. Ja, ich dachte, unsere Widerstandsgruppe braucht mal einen griffigen Namen. In Amerika haben die Patrioten die Macht wieder zurückerobert. Und wissen Sie, was das Symbol dieser Machtübernahme ist? Eine Füllfrisur. Ein Twitter-Account. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Warum ich unser Hauptquartier in Kreuzberg baue, in diesem versüften Herzen der linksgrünen Multikulti-Menschen-Experimenter. Nein. Warum? Weil ich es kann. Weil Sie verloren haben und wir gewonnen. Deshalb kann ich einfach so in Ihre alte Festung spazieren und Ihnen meinen Turm ins Gesicht wichsen. Also ist das ein Nein zur Gitarre und zum neuen Teppich? Sie wohnen doch hier? Hä? Hier im Haus neben dem anderen. Nein, nein, wir wohnen ganz woanders. Ganz woanders? Mh. Wissen Sie, was ich tun werde? Habe ich mir gerade überlegt, was Sie mir so impotent auf den Nerven gehen. Ich werde mir Ihr Haus auch noch kaufen, es abreißen und ich werde mir ein Parkhaus bauen. So, und jetzt raus. Ich habe einen Plan. Das habe ich befürchtet. Dafür brauchen wir ein Team. So, und was sind eure Spezialfähigkeiten? Könnt ihr fliegen, euch unsichtbar machen, lustig Stimmen imitieren? Was will das für uns? Vielleicht will das eins auf die Schnauze. Ja, das ist genau die richtige Einstellung. Ihr seid dabei. Können wir sagen, von den Immobilieninvestoren, da gibt das Sona, solche und da gibt es noch ganz andere. Aber das sind die Schlimmsten. Ich kann jetzt nicht ganz folgen. Das macht ein Schmiedchen. Kann ja nicht jeder mit der 100 Wattliebung noch zur Welt kommen. Manche haben halt bloß eine Energiesparlampe abgekriegt, was? Herzlichen Glückwunsch. Du bist im Team. Was denn für ein Team? Wie lange muss ich hier noch sitzen, Mama? Was spricht für den Bewerber? Er ist äußerst loyal. Und ich habe keinen Babysitter. Gut. Und hört ihr, das ist eine reine Aufklärungsmission. Wir verhalten uns so unauffällig wie möglich. Ja, ja. Liebe Gäste. Liebe Freunde. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr alle da seid. Drei Worte, die ich heute nicht von dir hören will. Kapitalismus. Schweinesystem. Wird Kong. Schon klar. Und keinen Alkohol. Ich trinke nie im Dienst. Ich, ich brauchte dich. Alle anderen brauch ich nicht. Du bist mein Liebesstern, ich hab dich gern. Ich glaub, es war ein sehr großer Fehler, dich mitzunehmen. Ich... Es war ein Fehler, dich mitzunehmen. Das steht dir ganz gut. Hä? Weil du siehst ja auch selbst ganz gut aus. Ehrlich, Kinder, nehmt euch ein Zimmer. Guten Abend. Ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Mein Gründer hat ein Leben als uns entzwein. Mach den Vorhang zu. Bei dir kommt mich so. Ey, mach du meine Güte. Heimat, der Heimat, das bist du. Heimat, Heimat, das bist du. Ich könnte kotzen. Aber du bist so. Ich bin nicht allein. Kapitalismus, freiges System, Diastron. Was machst du denn? Wir hauen ab. Wir sind im Fahrstuhl. Halt schnell. Was machst du denn da? Oh, fuck. Ups. Jetzt können wir durch dieses Auto fahren. Wo ist die Family nun? Für den Auto? Leider geh. Für die Tarot. Was machst du denn? Wir sind im siebten Stock. Keiner mag meckernde Beifahrer. Nein. Redet hier jemand von mir? Ich kann nämlich auch sehr unangenehm werden. Und ich rede hier nicht von einem bösen Graffiti oder so. Graffito. Was? Die Graffiti, das Graffito. Alter, irgendwann einmal wird dir irgendwer wegen sowas voll eine donnern. Und ich werde bei dir bleiben, bis du wieder zu Bewusstsein kommst, um dir zu sagen, ich hab's dir ja gesagt. Das ist doch Quatsch mit dem Graffito. Sagst du auch nicht, entschuldigen Sie bitte, Sie haben da eine Spaghetti am Kind kleben. Also und wenn das der korrekteste aller Singulare wäre. Singulier, Hertha. Stück mal in den Rück. Deine Wortverdrehungen sind echt furchtbar. Du meinst, wenn man die wegsterben verbuchselt? Hallo. Ich wollte gerade Eierkuchen backen und da ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, Eier zu kaufen. Verstehe. Entschuldigung, warum stellen Sie Ihre Sachen mit? Oh, oh, oh. Wollen wir uns nicht duzen, jetzt wo wir zusammen wohnen, hm? Also eigentlich ist das mein Wohnzimmer. Nein, nein. Das sind doch bürgerliche Kategorien. Haut lieber mir eine rein. Genau. Haut lieber ihm eine rein. Stop, halt. Wird das jetzt so ein Trailer, der alle lustigen Stellen verrät? Was willst du denn sonst zeigen? Langweilige Szenen? Ja, warum nicht? Es gibt doch bestimmt noch langweiligere Stellen. Ich fühle mich oft emotionslos. Ich glaube, dass sie sich sehr oft, wie soll ich sagen, emotionslos fühlen. Wahnsinn. Prima. Sehr langweilig. Wieso sieht man eigentlich hauptsächlich mich in den langweiligen Szenen? Naja, du bist nicht wirklich sonderlich, ähm... Sexy? Das ist klar, aber das meinst du... Nicht sonderlich witzig. Ja, du bist nicht sonderlich... Du bist sonderlich interessant. Ja, ja, genau, genau. Du bist nicht sonderlich interessant. Weißt du, was auch nicht sonderlich interessant ist? Deine Idee mit den langweiligen Szenen. So. Dann mach, du doch. Ich bin Kommunist. Was sind Sie so? Ich bin anders. Cool. Dann können wir Freunde sein. Bis zur Revolution. Danach wird's natürlich schwierig. Kapitalismus! Spaltesystem! Wir kommen! Hey! Ich wollte mir gerade ein paar Eierkuchen backen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich keine Eier hab. Oh! 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 Oh!